Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute geht es mal um den Arbeitsdruck in dieser kranken Arbeitswelt, die wir mittlerweile haben. Sie bringen bitte zu dem Regaleinräumen Ihr eigenes Smartphone mit, damit Sie die Fotos machen können und in unserem Portal online hochladen können. Sie müssen also Fotos hochladen, dass Sie den Regalboden oder die Regalböden im Supermarkt richtig bestückt haben und müssen uns das nachweisen mit Fotos. Für diese Arbeit bringen Sie bitte das Fotogerät mit und Sie sorgen auch dafür, dass alles funktioniert. Wenn es runterfällt, kaufen Sie sich bitte ein neues Smartphone. Nun, wir sind dafür nicht zuständig und wir zahlen Ihnen dafür Mindestlohn. Wenige Stunden pro Tag arbeiten Sie und das auch nur zwei oder dreimal die Woche und Sie bringen bitte alles dafür mit. Internetflatrate und Telefon und so weiter. Wenn Sie denn Ihren Zweitjob antreten, sind Sie ja telefonisch immer erreichbar. Sie haben ja Ihr Smartphone immer dabei. Ja, die Arbeitszeiten werden immer krasser. Früher hatte man irgendwo Zeit für Hobbys oder irgendwas anderes. Heute hat man Zeit für den Zweitjob oder den Drittjob oder den Viertjob, damit man über die Runden kommt. So sieht es heute leider aus. Jetzt reden wir davon, dass viele Politiker schon wieder fordern, die Arbeitszeiten und die Ruhezeiten, da müssen wir was machen. Wir machen sowieso schon so viel. Wir machen so viel. Wir sind in der Freizeit erreichbar. Oder der Burger King oder McDonalds oder wer auch immer ruft uns an. Ey, kannst du arbeiten? Du hast doch gerade frei. Du hast doch gerade frei. Wir brauchen mal wieder jemanden. Es ist jemand krank geworden oder wie auch immer. hat sich die Hand verbrannt, weil es zu schnell gehen sollte oder wie auch immer. Du wohnst doch in der Nähe. Kannst du nicht eben mal rumkommen? Nur für so zwei, drei Stunden. Und wenn du auf die Uhr guckst, ist schon wieder eine ganze Schicht rum. Das ist völlig normal. Du kommst aus der Ruhezeit und springst ein. Viele andere Berufe werden das auch kennen. Ja, das ist völlig normal. Ruhezeit? Nein, danke. Mach ich nicht. Brauche ich nicht. Politik redet davon. Wir müssen das alles aufweichen. Wir brauchen keine festen Ruhezeiten. Das ist völlig egal. Ja, liebe CDU und FDP-Regierung, liebe CDU und FDP-Regierung, das kann eigentlich nicht so sein. Das darf eigentlich auch nicht so sein, dass wir das so haben wollen. So, wir sind jetzt schon dauerhaft online. Wir sind jetzt schon immer erreichbar. Wir müssen denn irgendwo über Facebook oder WhatsApp-Gruppen uns organisieren, damit wir vom Chef denn auch gleich erreicht werden können. Oder von den Kollegen, wenn wir denn mal später kommen. Die Fahrgemeinschaft kommt heute fünf Minuten später. Ich rufe dich aber nicht an. Anrufen ist uncool. Ich schreibe dir lieber eine WhatsApp. Ja. Du musst also heute schon WhatsApp und Facebook und Online-Handy haben, damit der Kollege dir absagen kann oder dir mitteilen kann, wenn er fünf Minuten später kommt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Denn früher hat man auch mal angerufen. Oder früher hat man auch mal irgendwie, was weiß ich, nur eine SMS geschrieben. Nee, das ist ja uncool. Das hat ja heute jeder WhatsApp. Ich richte mich doch nicht darauf ein, dass zwei Kollegen kein WhatsApp haben. Die sollen sich gefälligst WhatsApp holen, die Pänner. Damit man mit denen auch mal schreiben kann. So ist heute unsere Welt. Das ist doch völlig krank. Das ist doch völlig krank, oder? Völlig kranke Welt. Was soll das? Was machen wir? Ich verstehe es langsam nicht mehr. Machen wir uns eigentlich nur noch wahnsinnig und nur noch kaputt? Was soll das? Mir macht es Angst. Mir macht sowas echt Angst. Und ich glaube, das geht auch nicht mehr lange gut. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr?